Wie geht es Ihnen heute, Virginia? Gut, Exzellenz. Trotzdem kommt es mir ehrlich gesagt so vor, als wären Sie heute Abend etwas melancholisch. Sie haben mich nicht nach meinen Gefühlen gefragt, Exzellenz, sondern wie es mir geht. Bis jetzt habe ich sehr viel Geduld und Verständnis für Sie aufgebracht, Virginia, aber ich frage mich manchmal, ob es nicht doch ein Fehler ist. Wenn Sie unsere Vermählung absagen wollen, dann rate ich Ihnen, sich zu beeilen. Sie wissen ganz genau, dass ich das nicht tun werde. Wenn ich etwas haben will, bekomme ich es auch. Ich habe noch immer alles bekommen, was ich wollte. Nehmt ihn sofort fest! Aber das ist doch Don Garcia de Polido, Exzellenz. Bitte, hier ist seine Einladung. Guten Abend, Exzellenz. Guten Abend, Signorita. Ein originelles Kostüm, nicht wahr? Wie gefällt es Ihnen, Exzellenz? Es ist originell, aber auch sehr gefährlich. Passen Sie auf, dass Ihnen nichts passiert. Gute Idee. Guten Abend, Ehrwürden.